Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, euren Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und so weiter, normalerweise. Nur heute nicht. Aber dieses Mal, willkommen zum Nachtgeflüster, in dem es um alles andere als um Bücher geht. Wie immer mit meinem lieben Mit-Podcaster Tim. Hallo. Und mit mir, dem Robin. Ha! So, genau. Ich wollte eigentlich gerade fragen, wie ist es dir ergangen, aber es bringt nichts. Also, wir überspringen mal hier jegliche Art von... Ja, genau. Vorgeplänkel. Das machen wir dann lieber in der Aufnahme direkt danach. Ja, wir steigen direkt ein, weil das Nachtgeflüster geht ja sonst immer um Videospiele. Und dieses Mal haben wir uns als erste Thematik erstmal ein paar Serien aufgeschrieben. Genau, denn Robin hat Netflix für sich entdeckt. Ja. Ist auch im Jahr 2018 angekommen, ja. Ja, ich bin auch endlich mal da und hab einen Netflix-Account. Alle haben mich die ganze Zeit gemobbt und den Gruppenzwang und so. Man kennt das ja. Ja, früher war es das Rauchen, heute ist Netflix, ne? Ja, eben. Wie die Zeiten sich ändern. Ja, aber ey, ist billiger als Rauchen. Das ist wahr. Ja, genau. Was haben wir uns denn aufgeschrieben? Ähm, du hast ja eine ganze Menge geguckt, ne? Von dem ich halt nicht so viel geguckt hab. Aber was, glaube ich, am ergiebigsten ist, um darüber zu reden, ist Black Mirror. Denn du hast die vierte Staffel geguckt, die du davor noch nicht gesehen hast. Richtig. Richtig. Endlich die vierte Staffel. Ich hatte alle drei vorher schon auf meiner Festplatte. Nein, bei iTunes Amerika. Ja. Genau. Ich hab' ich hab' es, äh, legal gekauft. Irgendwo. Ja. So, ähm, ne, und ich, die vierte Staffel wollte ich schon die ganze Zeit gucken. Und ich hab' mich so ein bisschen vorgedrückt. Mhm. Irgendwie. Und dann, als ich natürlich den Netflix-Account hatte, war eins der ersten Sachen, die ich dann reingeschmissen hab. Nach Rick und Morty, die neue Staffel. Black Mirror, die neue Staffel. Ja. Und, äh, wie fandest du sie denn? Sie ist ja jetzt etwas länger als die davor. Und geht ja durchaus in eine etwas andere Richtung. Ja, das stimmt. Also, das ist, ähm, ich mochte die neue Staffel eigentlich ganz gerne. Weil die, genau eigentlich, weil sie in diese andere Richtung driftet und nicht mehr, also, was heißt nicht mehr, aber nicht mehr so stark auf dieses, äh, sehr düstere Setting fokussiert ist und auch mal Happy Ends bietet, im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln. Ja, das stimmt. Das ist ja schon in der ersten Folge hier USS Callister, diese Star Trek-Folge so, dass, also bei einer alten Black Mirror-Folge wären die Leute safe nicht aus, also da rausgekommen. Ja, genau, das. Die werden halt auf jeden Fall irgendwie gefangen genommen worden oder erhältst du die dann irgendwie alle in irgendwelche Kreaturen verwandelt. Ja, oder sie wären irgendwie, oder sie würden denken, dass sie rausgekommen wären und sind es denn doch nicht oder so. Da hat es noch irgendwie einen Twist gegeben. Oder wären gelöscht worden oder so, das wäre ja auch noch relativ, ähm, ja, obwohl. Ja. Das wäre jetzt eigentlich nicht so schlimm gewesen. Ja. Trotzdem. Ja, aber ich mag den Schauspieler sehr gerne, der da den Protagonisten spielt. Ähm, der hat ja schon bei Breaking Bad mitgespielt. Und ich, ich kenne seinen Namen nicht, aber der wird halt vom Internet Math Damon genannt. Und ich mag es richtig gerne. Ach so. Weil. Ich verstehe auch warum, ja. Wie Matt Damon und, ja. Man sieht aus wie Matt Damon of Math. Okay. Ja. Ja. Nee, also er passt da echt gut rein. Ich weiß auch, ich habe sein Gesicht auch schon öfter mal gesehen. Und er passt da halt irgendwie, es ist ja auch gut, wie diese Serie das, also die Folge das überhaupt strukturiert, weil du lernst ihn ja erstmal kennen und er ist ja eigentlich eher so der schüchterne Nerd-Typ, der so, ja, von allen ausgenutzt wird, könnte man sagen. Ja, genau. Es ist halt so ein bisschen so eine, ja, sagen wir mal, diese Geschichte hätte man auf so viele Arten, hat man auf diese Art schon mal irgendwie gehört, wenn ich das mal ausdrücken darf. Ja, genau. Verstehst du, was ich meine? Dass so der ruhige Typ dann hinterher so voll der krasse Tyrann wird und wenn er dann so in seiner eigenen Spielewelt ist, so auf einmal anfängt, so die Leute total schlecht zu behandeln oder einfach reinkommt und zum Beispiel den einen so, ja, packt und irgendwie wirkt und so, ne? Also, er lebt ja dann seine Fantasien sozusagen in dieser Parallelwelt aus. Ja, eben. Also es sind ja dann auch die Leute in seinem Büro, die er quasi da reinkopiert hat, so ungefähr. Ja, genau. Und, ja, ist natürlich nochmal extra Psycho irgendwie. Ja, der Twist war halt cool, dass, also, dass die leben wirklich. Ja, genau. Also, dass die halt wirklich echte DNA-Kopien ihrer selbst sind. Ja, und sich halt an das erinnern können, was davor war und so. Ja, genau. Ja. Halt auf jeden Fall echt interessant gemacht, so, also, das war halt so ja schon mal der erste Twist, wo man so war, okay, dass sie dann hinterher entkommen sind und dieses Entkommen war halt auch cool gemacht. Man hat halt, also, im Gegensatz zu vielen anderen Black Mirror-Folgen, wo man die ganze Zeit eher so, okay, was passiert, ne? Also, eher so gefesselt von dem war, was überhaupt abgeht, war man hier ja schon eher stark auf der Seite dieses Teams. Ja, genau. Da war der Protagonist mal der Antagonist quasi. Genau. Das auch mal was anderes ist. Und ich mochte die Star Trek-Hommage richtig gerne. Also, alleine die Anfangsszene ist so geil. Es ist halt, ich bin ja kein Star Trek-Fan, ich kenn das echt nicht. Also, okay, das ist ja eine Anspielung auf die alte Serie, also auf die Original Series mit Jack Kirk und Spockus. Ja, klar, das merkt man natürlich auch relativ schnell, also, selbst wenn man jetzt Star Trek nicht so gut kennt. Und es ist halt genauso, ne? Also, die fangen den Geist davon richtig gut ein. Ja, das ist doch, ja. Hat man, also, ich sag auch ganz ehrlich, wenn man Star Trek noch nie gesehen hat, so wie ich. Man versteht's auf jeden Fall, also, dass die Anspielung da ist. Ja, genau. Das hält sich in Grenzen, also, man versteht das auf jeden Fall. Weil, ich meine, Captain Kirk und so, dieses und. Genau. Es sind ja keine direkten Anspielungen auf Star Trek, sondern halt nur auf diesen Trash-Charme, den diese Geschichten damals halt hatten. Ja, genau. Ne? Und das passt ja auch irgendwie zu dem Protagonisten voll gut. Also, zu seiner Vorgeschichte und überhaupt so zu seinem Charakter. Ja, genau. Ja. Und ich fand das interessant, wie die Charaktere auch so abgetrennt von ihrem sozialen und weltbildlichen Umfang dann agiert haben, weil die ja ganz anders waren teilweise, als sie in der echten Welt waren. Ja. Also, viel menschlicher irgendwie, ne? Also, nicht so abgehoben, könnte man sagen. Ja, genau. Genau. Ja, fand ich auch. Also, ich fand, dass die Stärke halt auch in der Folge so die, mehr die Welt, die da gezeichnet wurde und die Kontraste so zwischen den Charakteren und zwischen der richtigen Welt und der virtuellen Welt und so. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von dem echten Programm gesehen. Ich hab jetzt vergessen, ich hab jetzt vergessen, wie es heißt. Ja. Da ist ja, er arbeitet ja für so eine Spielefirma, die dann so ein Universum schafft sozusagen und er hat sich da ja sein Unterprogramm gebaut, in dem nur er spielt. Ja, genau. Und das mit dem Sohn fand ich auch relativ heftig von dem einen, dass der den Sohn extra da in die Simulationen eingebaut hat, nur um den gefügig zu machen. Ja. Das war schon ein heftiger Moment auf jeden Fall. Ja, aber so viel zur ersten Folge ungefähr, wir wollen ja nicht zu viel über die ganzen Dinge reden. Also, ich mein, Archangel kommt ja als nächstes, die war schon nicht so geil irgendwie oder beziehungsweise sehr zu vorhersehbar. Ja, das, genau. Wir haben da vorhin schon einmal kurz drüber gesprochen, dass es war einfach, war einfach sehr vorhersehbar irgendwie, was passiert. Ja. Weil ist ja klar, wenn du dein Kind irgendwie trackst und die ist jugendlich und fängt halt an irgendwie so, ja, sie fängt ja nicht mal richtig an abzudriften, sie probiert sich ja eher aus. Ja, sie ist halt in der Pubertät, ne? Ja, genau. Ja. Sie hat halt Sex und nimmt halt in diesem Fall Drogen, aber auch unter Aufsicht, also man könnte in diesem Fall auf jeden Fall sagen, ist es in Anführungsstrichen safe use, wenn man es halt bei Drogen überhaupt so sagen kann, aber ja. Also, ne, es ist auf jeden Fall doch im gesicherteren Umfeld als das, was die Mutter irgendwie sieht, ne? Also, sie sieht ja nur, dass sie die Drogen nimmt und, ja. Ja, genau. Für alle, die die Folge vielleicht nicht gesehen haben, es geht um ein Mädchen, die bekommt einen Chip eingepflanzt und die Mutter kann dann auf so einem iPad einfach alles sehen. Also, sie kann sehen, was sie sieht, sie kann sehen, wo sie gerade ist, sie kann ziemlich viel machen. Und so einen Filter einschalten, genau, das war das Krasse, glaube ich, da dran. Sie könnte halt einen Filter einschalten, dass alles, was irgendwie gewalttätig war oder irgendwie mit Blut zu tun hatte oder so, wurde dann rausgefiltert. Oder auch Gefahren halt insgesamt, ne? Was halt echt so eine, ja, butterweiche Welt irgendwie erschaffen hat für dieses Kind. Genau. Was halt natürlich dann nicht funktioniert, wenn man größer wird. Also. Ja, genau. Irgendwie mit sieben ist ja dann, wird, erschuldet die Mutter ja dann die Funktionen alle ab. Mhm. Aber ich muss sagen, ich glaube, da war es schon zu spät halt. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, und dann war es zu viel für sie halt, dass sie dann auf einmal mit diesen ganzen Sachen auf einmal konfrontiert wurde, glaube ich. Also, das war halt. Es ist halt nie schlau, sein Kind auf solche Arten zu schützen, ne? Weil es ist ja, das Kind muss mit der Welt halt konfrontiert werden, so. Und wenn es Sachen sieht, die es nicht versteht oder die es irgendwie komisch findet oder so, dann sollte man als Elternteil halt da sein, um es zu erklären dann, ne? Mhm. Auch wenn es schlimm ist, was die da teilweise ja so als Jugendliche sehen. Ja. Man spricht ja aus eigener Erfahrung. Ja, das ist wahr. Ich glaube, wir kennen alle das Two Girls One Cup Video. Ich glaube, jeder, der hier gerade zuhört. Und wir wissen alle, was darin vorkommt. Und genau das ist das Schlimme, weißt du? Ich erwähne nur diesen Namen und alle wissen, worum es geht. Aber das meine ich halt, ne? Damit muss man halt fertig werden. Mhm. Ja, ist halt so. Ja, das hat man halt, es war halt dann hinterher auch vorhersehbar, dass sie dann anfängt, sie mehr zu kontrollieren und so. Genau. Und also, dass sie dann hinterher die ungefähr halb totgeschlagen hat mit dem Ding, das fand ich ein bisschen übertrieben dann auch. Ja. Also, es war alles, also, muss ich sagen, war eher nicht so die beste, beste Folge dieser Staffel. Kann man gucken, aber. Ja, fand ich auch. Aber hatte wieder so ein bisschen mehr von den Black Mirror Charmen, weil es halt dann so Zukunftstechnik, die nicht so super funktioniert sozial und die auch eigentlich eingestellt wieder und, ne? So, die ist ja ein Experiment eigentlich. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Ja. Und die nächste Folge war auch nicht so geil. Ne, die war, ne. Ja, Crocodile. Da geht's um die, so eine Frau, die am Anfang mit einem Typen zusammen nach so einer Party einen Typen totfährt und die verschachern den danach einfach in einem See. Genau. Und in dieser Welt quasi kann man auf das Gedächtnis zugreifen. Also, können Ermittler und sowas, um halt Erinnerungen aufzurufen. Genau. Und zu sehen, wie es dann halt wirklich geschehen ist. Also, ne? Ist ja immer noch nicht hundertprozentig quasi. Sie beobachtet halt zufällig eigentlich einen Unfall. Ja. Auf der Straße ist es halt irgendwie 20 Jahre später und der Typ, mit dem sie den Fahrradfahrer totgefahren hat, kommt und will das alles der Polizei erzählen und sie sieht zufällig halt draußen einen Unfall und tötet ihn kurze Zeit später oder kurz davor, irgendwie so. Und dann kommt halt irgendwann eine Ermittlerin und will. Ja. Sie wird dann quasi immer mehr reingezogen und bringt die dann auch noch um und bringt dann irgendwie alle um. Sie bringt einfach irgendwann alle um, könnte man sagen. Einfach alle, die sie trifft. Dann so den Ehemann, der Frau, das Baby, alles. Genau. Und es war halt einfach ein bisschen überzogen, ne? Also. Ja, fand ich auch. Also, das Ende war dann halt, also der Twist war dann schon ganz lustig, dass sie durch den Hamster halt überführt wurde. Ja. Das war das Witzig. Weil sie das halt gesehen hat, wie sie denn das Baby umbringt. Genau. Und die die Erinnerung des Meerschweinchens auch rekonstruieren können. Genau. Also deswegen. Das war schon ganz nett, aber der Rest der Folge war so, ja, hm. Dann hat er jetzt auch nicht so wirklich mit ihr mitgefühlt irgendwie. Nee, eher mit der so, mit der, die da, die Ermittlerin war, ne? Ja. Eigentlich schon. Und die wurde relativ schnell abgemurkst. Ja. Ja, also war irgendwie, weiß ich nicht, die Auflösung war doof. Ja, schon. Wirkte nicht ganz so rund, ne? Nee. Und die Folge danach, Hang the DJ, die fand ich ja eigentlich ganz, ganz nice. Die fandst du nicht so gut, ja? Ja, die fand ich auch eher langweilig. Also die fand ich irgendwie ganz witzig. Da geht's halt um so Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, ne? Die haben halt keine Erinnerung, die werden da irgendwie in so Häuser gesteckt. Um sich kennenzulernen quasi. Also da wird quasi für sie ein ganzes Date geplant. Ja. Von, äh. So ein Ding, was denen dann sagt, okay, du hast heute Abend ein Date und dann kriegen die eine Zeit angezeigt, wie lange ihr Date läuft. Und bei allen Dingen ist das nur so ein paar Stunden. Da generell ihr zusammen sein. Also es kann halt auch Jahre sein oder so. Ja, genau. Und so teilweise ist das nur ein paar Stunden und manchmal sind das mehrere Jahre und, ne? Ja. Und am Ende finden sich die beiden, wo sie sich zu Anfang gefunden haben. Und das ist halt eher so eine Love Story, könnte man sagen, ne? Also. Ja, genau. Und sie müssen dann hinterher gegen das System kämpfen irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau. Also es war auf jeden Fall die Auflösung. Ja. War dann halt, dass alles eigentlich nur in so einer App stattgefunden hat und die beiden echten Personen dann halt gematcht wurden, ne? Also es war eigentlich nur ein Algorithmus, der im Hintergrund abläuft. Genau. Und also der Twist war dann schon ganz nett, aber ich fand dann die Folge an sich halt, oh, weiß ich nicht. Also ich hab's nicht so wirklich gefühlt. Ich fand's deswegen interessant, weil man noch nicht wusste, was passiert. Also man wusste halt nicht, was ist mit diesen Leuten und sitzen die vielleicht, also ich dachte die ganze Zeit, die sitzen vielleicht irgendwie in so einer Datingagentur und spielen so ein Spiel oder so, weißt du, wo die Zeit halt viel schneller vergeht als die Echtzeit. So, ne? Dass die sich dann da ausprobieren können sozusagen und mit verschiedenen Kandidaten und keine Ahnung. Also das fand ich schon, die Auflösung hätte ich interessanter gefunden. Ja, also. Aber ich bin ja auch nicht der Drehbuchautor. Ja, leider. Ich weiß nicht. Ich fand, äh, also die haben sowohl bei Technik schon was Besseres gemacht, bei Battle War, als auch bei Liebesgeschichten. Also halt hier San Junipero ist halt ja die ultimative Folge quasi. Ja, stimmt. Und ja, war eigentlich, ich weiß nicht, hatte für mich halt irgendwie nicht so doll funktioniert. Aber dafür die danach umso mehr. Ja. Ja, genau. Die danach ist wirklich sehr interessant gewesen. Metallkopf. Ja, genau. Und in der Folge wird halt kaum gesprochen und die ist halt ganz in Schwarz-Weiß. Und es geht halt um, weiß ich nicht, so Roboterhunde, die Menschen töten. Also beziehungsweise alles, was sich bewegt quasi. Und um eine Frau, die versucht, etwas zu finden und dann quasi von denen verfolgt wird. So, das ist quasi der Inhalt der Folge. Und ich finde die richtig geil gemacht, weil die halt so komplett ohne direkte Kommunikation funktioniert. Und, ähm, die ist halt von dem Regisseur von, also die ist von David Slade. Und der hat auch schon Honeyball gemacht vorher, einige Folgen unter American Gods. Und ich liebe seine Ästhetik einfach richtig doll. Das sieht einfach alles so gut aus. David Slade kennt man, glaube ich, auch. Also der ist relativ bekannt. Aber vor allem halt durch Honeyball und American Gods. Also da hat er halt richtig gut abgeliefert. Und, äh, bei der Folge halt auch. Also ist es auf jeden Fall meine Lieblingsfolge in der Staffel. Ah. Zu der kommen wir gleich, zu meiner. Okay. Nee, äh, ich fand die auch echt gut. Vor allem, weil man mit diesen Metallhunden, die sind ja so klein und eher, weiß ich nicht, die sind ja nicht mal größer als ein Arm. Ja, genau. So groß wie eine Katze ungefähr. Ja, die sind echt komisch designt so. Und dann siehst du aber, wie sie quasi attackieren. Also die schießen dann halt so Nägel oder so um sich. Ja, genau. Und da sind so Tracker drin. Und das ist halt schon krass gemacht. Vor allem, weil sie ja dann hinterher getroffen wird nochmal davon, glaube ich. Ja, genau. Und die dann überall Stecken hat. Und man sieht das überall blinken und so. Das war schon irgendwie gut gemacht und ziemlich erschreckend. Ja. Du, ich fand's halt so geil, dass du einfach so da reingeworfen wirst. Und halt gar keinen Plan hast. Aber das dann trotzdem irgendwie verstehst. Aber halt auch nicht aufgeklärt wird, wie das jetzt überhaupt zu diesen Hunden kam. Warum die diese Weltherrschaft haben. Anscheinend. Ja. Das wird ja relativ wenig sowieso erklärt oder so. Das war ja nur zu 90 Prozent Verfolgungsjagd eigentlich. Ja. Und ich fand das echt ziemlich gut gemacht. Also. Ja. War auf jeden Fall interessant. Mhm. Sich anzugucken. Und wenn man hat so. Ja. Also war spannend. Halt sich einfach reinzuziehen. Ja. War nicht wie andere, wo man dann einfach die ganze Zeit so. Okay. Okay. Ja. Genau. Also da gab's halt auch keinen krassen Twist oder so. Nee. Genau. Sondern das war halt. So ist halt die Welt. Und die wird halt konsequent durchgezogen. Ja. Genau. Und da kommen wir auch schon zur letzten Folge. Äh. Black Museum. Genau. Die macht ja einiges anders. Ja. Die ist halt, das ist, ja, mehr so ein Zusammenschnitt eigentlich aus verschiedenen kleinen Folgen, die anscheinend es nicht geschafft haben, eine ganze Folge zu werden. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, also die Intention dahinter ist, glaube ich, eher, dass, ähm, die Folgen irgendwie miteinander verbunden zu sein scheinen. Also dass es hinter Black Mirror quasi einen größeren Handlungsbogen gibt, weil es davor ja quasi eine abgeschlossene Handlung war, ne? Ja, stimmt. Er hat halt Sachen aus verschiedenen Sachen von Black Mirror da drin, die da dann vorgekommen sind. Also die. Also es sind, äh, genau. Also die Folge besteht ja quasi aus drei, oder beziehungsweise vier Handlungen. Und, äh, die beginnt halt mit einer jungen Frau, die halt in dieses Museum geht, in der mitten im Nirgendwo. Und der Typ führt sie halt rum. Ja. Und, äh, du siehst halt in diesem Museum auch, ähm, Gegenstände aus den Folgen davor, von der Staffel und auch, äh, von den Staffeln davor. Ja, genau. Und zu einigen erzählt er einfach eine Geschichte. So bestimmte Sachen halt, die schon mal drin vorgekommen sind, wie dieses komische Stirnband von dem einen, der in diesem VR-Spiel komplett verrückt wird. Ja, genau. Andere Sachen. Ja, und, äh, zu einigen Sachen erzählt er halt einfach eine Geschichte. Und, äh, es kommt halt raus, dass, also in einer der Geschichten ist halt ihr Vater gestorben, in dem, also der war zu Tode verurteilt auf dem elektrischen Stuhl und er hat sein Hologramm bekommen, was aber quasi noch richtige Emotionen, also alles so empfunden hat. Und da konnten die Leute ihn halt auf dem elektrischen Stuhl töten, so ungefähr, also das Hologramm. Und da war er halt anscheinend irgendeine Art von Freude empfinden. Ja, und am Anfang kamen halt die ganzen Touristen und fanden das lustig und irgendwann nur noch die ganz kranken, perversen. Ja, bis das Hologramm dann aber auch irgendwie selber durchgedreht ist, so scheinbar. Ja, genau. Ja. Ja, und sie, ja, bringt ihn um. Genau, und checkt ihn dann selber ins Hologramm und, äh, ja, tötet ihn und fährt dann wieder los, ne? Ja, genau. Und jetzt steckt er da halt immer drin. Ja. Und, ja, ich fand diesen, also ich bin richtig gespannt, wie es jetzt weitergeht, muss ich sagen, so insgesamt mit der Serie, weil, ähm, also dieser Punkt, wo man so erahnt hat, also so, wo man so die Gegenstände wiedererkannt hat, weil die werden halt auch nicht so krass in Szene gesetzt. Also die sind halt meistens ja nur im Hintergrund, so die Artefakte von den Ahnenfolgen. Und ich fand das sehr interessant. Und ich muss sagen, also ich bin gespannt, in welche Richtung das geht, weil diese ganzen Techniken, ich weiß nicht, wie man das zusammenbringen soll, weil das wirkt halt alles schon aus verschiedenen Welten irgendwie, also aus den Folgen davor, ja? Ja, stimmt, weil ja auch nichts in den anderen Folgen, also es wird ja nicht alles auf einmal benutzt irgendwie, sondern immer nur eine Sache. Mhm. Ja, aber es sind ja auch oft Prototypen, ne, muss man dazu sagen, also oft wird das ja auch erwähnt, dass das oft Prototypen sind oder Experimente oder was auch immer, die vielleicht ja auch nie in Serienreife gehen. Deswegen kann das durchaus sein, aber das zum Beispiel mit diesem Erinnerungschip, zweite Folge, glaube ich, oder so, erste Staffel, wo die, nee, dritte Folge, dritte Folge, glaube ich, wo die alles speichern können zum Beispiel, das könnte jetzt nicht unbedingt in dieser Welt stattfinden, weil alle müssten dann diesen Erinnerungstip ja eigentlich normalerweise haben, weißt du, was ich meine? Also, genau. Und das ist ja. Oder, ähm, die erste Folge von der dritten Staffel, äh, Nose Dive, wo die, die Leute immer bewerten. Ja, genau, die kann auch nicht da wirklich drin spielen, das geht nicht. Genau. Es gibt so ein paar, die müssen, die können nicht in, dann in diesem zusammenhängenden Universum spielen, das ist schon richtig. Ja, weil das hätte man einfach schon vorher gemerkt. Aber für viele würde es wohl funktionieren. Ja, also, glaube ich, könnte man auf jeden Fall so hindrehen, dass, ähm, dass das noch funktioniert, beziehungsweise man die miteinander verbinden kann. Weil ich frage mich halt auch so nach so vielen Folgen mittlerweile, wie viele Twists kannst du der Technik noch geben, ja? Ja, ist so, wirklich, ne? Also, wie viel lässt man sich noch einfallen? Mhm. Ne, ich meine, irgendwann ist ja zu Ende so mit Erfindungsreichtum, was noch so kommen kann. Ja, genau, und ich meine, das, hier Charlie Brooker, der Autor, hat ja eigentlich schon so ziemlich alles durchgespielt, so ungefähr, was jetzt so relevant ist, ähm, deswegen, also, ich bin, bin, bin gespannt, wie es da weitergeht. Und es soll ja noch, äh, eine neue Staffel kommen, auf jeden Fall. Ich bin auf die Bücher vor allem gespannt, es soll ja eine Bücherreihe mit Black Mirror geben. Das stelle ich mir auch richtig gut vor. Also, passt halt echt perfekt zu der Welt. Also, würde sich auf jeden Fall sehr gut als Kurzgeschichtenband eignen. Ja, ist dann so, es soll ein ganzer Roman sein mit verschiedenen Autoren, die dann halt alle die Geschichten schreiben. Also, jeder schreibt eine Geschichte. Genau, dafür stelle ich mir das auch perfekt vor. Genau, und eine Geschichte schreibt übrigens Claire North. Meine Lieblingsautorin. Sehr schön. Das wird gut, ja. Und soviel zu Black Mirror Staffel 4, jetzt haben wir es ja auch eher sehr explizit durchgegangen. Ja, und, äh. Aber ich fand Black Museum auf jeden Fall am besten irgendwie dadurch, dass es halt so Kurzgeschichten artig so ein bisschen war und man halt einfach mehrere Folgen in einer hatte. Ja, das stimmt. Fand ich das irgendwie ganz cool. Und die Twister waren halt teilweise echt heftig. Also, das mit dem Teddybären fand ich zum Beispiel auch richtig krass, ne? Also. Ja. Also, die Frau hat in diesem Teddybären irgendwie in diesem Showkasten sitzen lassen. Und der ist, also die ist da halt immer noch drin. So seit. Ja, eben. Das ist voll unendlich. Ja, die Geschichte da spielt halt so. Ja. Das ist echt so. Ja. Das ist echt so. Ja. Auf jeden Fall. Ja, die fand ich krass. Okay. Ja. Also, zu viel zu Black Mirror. So. Staffel 4. Wir hoffen, dass neue rauskommen und dann sind wir mal gespannt, was da so abgeht. Ja, auf jeden Fall. Was hatten wir denn noch auf der Agenda? Oder, also ich weiß nicht, wir haben jetzt hier natürlich noch der Tatortreiniger stehen, aber du hast ja jetzt auch Brooklyn Nine-Nine geguckt. Und, ähm. Jo. Voll geil. Ja, also wir können jetzt auch gerne noch über Brooklyn Nine-Nine reden. Ja, Brooklyn Nine-Nine. Es ist richtig gut, oder? Es macht so viel Spaß einfach, das zu gucken. Es ist halt einfach die Gags, die die raushauen, die Gespräche teilweise sind so arschwitzig. Ja. Du kannst es halt auch so krass weggucken. Man kriegt eigentlich gar nicht genug davon. Es ist halt auch teilweise, ist das nur ein Gesichtsausdruck, der dich halt schon zum Lachen bringt. Wie die teilweise alleine gucken, ist halt so genial. Ja, ist echt so. Ich weiß nicht. Ich finde, also diese Stimmung in der Serie ist halt so geil. Und ich mag es, wie die halt noch da schaffen, eine Handlung reinzubringen. Ja, also es sind ja auch Folgen, die teilweise in sich abgeschlossen sind, aber halt auch einige, die dann halt so staffelübergreifend sind oder so. Mhm. Äh, gerade in den späteren Staffeln ist es ja so, dass die eigentlich viel mehr so eine durchgehende Handlung schon haben. Ja. Ist mega gut. Und dabei immer noch so viele Gags rauszuhauen. Und so viele dumme Situationen. Und so viele richtig gute Gags, ey. Es gibt keine Folge, wo ich mich nicht mindestens ungefähr fünfmal fast bekotzt habe vor Lachen. Ja, es ist echt so. Es ist halt so lächerlich gut. Und das denkt man halt gar nicht. Das ist halt so eine typische Working-Space-Comedy eigentlich, ne? Also, wo es halt einfach um Polizeirevier geht und die Leute halt in dem Polizeirevier so. Und das klingt jetzt nicht nach der originellsten Idee. Aber, ey, ohne Witz, so alleine durch die Art und Weise, wie die Serie geschrieben ist, es ist so brillant. Macht Spaß zu gucken auch mal. Also, irgendwie wachsen einem die Charaktere auch irgendwie schnell so. Man weiß, wer wer ist und man hat so seine Favoriten und die, weiß ich nicht, die haben so ein festes Bild. Keine Ahnung. Ja, genau. Sind natürlich auch teilweise leicht alle überzogen so, aber dadurch passt das halt auch ganz gut, ne? Aber ich finde, alleine durch die Halloween-Folgen jedes Mal erkennst du halt so doll, wie, also, was der Kern jedes Charakters ist, ja? Ja. So, und, ähm, was die halt ausmacht und das kommt dann halt wiederum in den anderen Folgen der Serie halt richtig doll zu tragen. Und, ähm, wie halt alles darauf ausgelegt ist, auf die Stärken und Schwächen der Charaktere und ich finde das so brillant gemacht. Alleine wie, wie sie denn, äh, in Miami sind, äh, im Zeugenschutzprogramm quasi. Und, ey, das sind ja irgendwie drei Folgen oder so in der, äh, vierten Staffel, glaube ich. Ja. Und, ey, so gut, wie halt auch einfach die Handlungen durch Erzählen ist, ähm, ich finde das echt faszinierend. Also, und dabei die Gags dann immer nicht vernachlässigen, ja? Muss man auch recht sagen. Ja, auf jeden Fall, das ist halt, das muss man auch erstmal können, ne? Diesen Gratwanderung dazwischen zu schaffen. Und die Gags sind halt einfach, die sind halt einfach über, ne? Also ich, das ist... Ja. Jede Szene hat halt irgendwie was, ja? Jede Szene hat halt irgendwie noch eine Pointe und, keine Ahnung. Es ist halt auch, es gibt halt einfach so ultra lustige Dinge, auch Charles Boyle, der halt die ganze Zeit so voll der Spacko ist eigentlich. Ja. Und sie ihn dauernd verarschen irgendwie mit Boyle-Bingo und keine Ahnung was. Das ist so geil. Ja, genau. Charles hat was gegen Boyle-Bingo, ha. Herrlich. Ja. Hast du einen Lieblingscharakter? Ja, Peralta natürlich. Ja. Das ist lustig. Der ist wie ich. Mächte nehmen. Ja, das ist wahr. Wärst du ein Polizist, dann, ja. Wäre ich ungefähr so wahrscheinlich, ja. Ja. Obwohl man ja auch sagen muss, ich, also die sind ja nicht nur dumm oder so, die Leute so. Nü, der arbeitet ja auch für den Füße, ne. So ist er eigentlich. Er ist halt ein guter Detective, so, ne. Ja. Der halt weiß, was er machen muss, so. Und das, ich finde das halt richtig gut, dass das halt nicht nur so eindimensionale Figuren sind, die nur für den Gag gebraucht werden. Ne, genau. Und er macht halt gerne Scheiße, so, ne. Und er nimmt das halt alles immer nicht so ganz ernst. Das ist halt das Lustige an ihm. Ja, genau. Aber wenn es dann halt zur Arbeit kommt, dann, ne, also zeigt er auch schon, was er kann. Also. Ja. Ja. Prallt auch gerne damit, ist natürlich lustig. Ja, ich muss sagen, ich mag Gina am meisten. Gina? Ich bin deine Göttin. Der Knapp, der ist halt einfach so richtig geil, weil es gibt halt wirklich solche Leute, die so völlig, völlig drüber sind. Und so, wo man sich einfach denkt, Alter, was, was habt ihr geschmissen? Und das Krasse ist, die haben nichts geschmissen, so, die sind einfach so. Ja, ich weiß nicht, ich mag, jede Szene mit Gina ist einfach übertrieben gut. Und ich mag die Schauspielerin auch richtig gerne, Chelsea Peretti, die hat auch ein ziemlich gutes Stand-Up-Special bei Netflix. Was weiß ich auch mal gucken kann. Die ist ziemlich cool. Ja, so, auf jeden Fall echt lustig irgendwie. Und es ist immer so ein neues Sitcom halt, ne. Ich meine, so viele, ich finde, viele sind auch so auf sehr, mittlerweile sehr immer so auf Emotionen bedacht, ne. Sehr, dass du mit Scrubs und so und How I Met Your Mother ganz erfolgreich war, dass du halt so witzig, aber gleichzeitig auch immer irgendwie tragisch wirst. Und ich sag ganz ehrlich, Brooklyn Nine-Hine hat eigentlich überhaupt keine traurigen oder wirklich tragischen Szenen, so, ne. Das wird alles immer mit Jokes irgendwie aufgelöst oder irgendwie. Es ist halt alles nichts, wo man jetzt sagt, man nimmt das jetzt total ernst. Weißt du, was ich meine? Nee, das stimmt. Obwohl die Handlung, die dann aber auch erzählt wird, schon echt gut ist. Also selbst für die kleinere Sachen. Also man verfolgt die auch so und zieht sich das auch gerne rein und so. Aber es ist halt nicht so auf Emotionen getrimmt, weißt du, was ich meine? Das ist so unnötig, wie das viele machen. Genau. Und das finde ich halt lobenswert irgendwie, weil es ist halt immer eine Sitcom, so, ne. Ja. Und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie, also Modern Family oder The Middle oder so, will ich jetzt hier gar nicht anfeinden, sondern es ist halt nur mal eine andere Art von Comedy, ne. Ja, genau. Aber finde ich gut, dass es halt einfach wirklich so eine reine Komödie ist, meistens. Ja, finde ich auch. Und dass sie halt nicht nur durch die Gags in der Folge leben, sondern halt auch durch die Handlungen, die über die Staffel hinaus erzählt wird und so. Ich weiß auch nicht, wie man das hätte absetzen wollen, jetzt ganz ehrlich. Ja, es wird ja jetzt, genau, es wurde ja gecancelt vom Sender und Hulu hat das jetzt, glaube ich, gekauft, ne, die Rechte. Ja, genau. Genau. Irgendwer hat es halt auf jeden Fall gerettet, so, und dann waren wir da, okay, sehr gut. Weil ganz ehrlich, die ist voll erfolgreich, die Serie, ich weiß nicht, wieso man sowas cancelt, ne. Also, und das, ganz ehrlich, nach dem Prinzip könntest du locker noch vier Staffeln durchziehen, so. Ja, definitiv. Also, ohne Witz hätte ich halt auch nie gedacht am Anfang, dass die, also, dass die halt nie an den Gags müde werden oder so. Ja. Das ist halt, selbst in der fünften Staffel ist ja die aktuellste. Selbst da ist halt jede Folge immer noch geil und hat immer noch so einzigartige Witze und, aber funktioniert auch mit den Running Gags und so weiter. Ja, ich finde auch die Zwischenschnitte in Brooklyn, nein, immer so ultra witzig, wo dann immer so, wenn sie irgendwas erzählen, so, ja, ist wie wenn ich bei Familienfeier sitze und alle feiern so um Rose herum und sie sitzt da einfach so, äh, ich hasse alle Menschen, so. Ja. Es passt halt einfach diese, das sind halt immer nur so vier, fünf Sekunden, ne, wo sowas eingeblendet wird und man checkt's direkt und es ist halt einfach ein ultra geiler Gag und oft ist es einfach nur ein Gesichtsausdruck, der dich zum Lachen bringt halt, ne, weil. Ja, genau. Er halt genau das ausdrückt, also, ganz ehrlich, 90 Prozent von Brooklyn Nine-Nine könnte einfach als Meme durchgehen, so. Locker. So, aus jeder Szene könntest du eigentlich ein GIF machen. Ja, könntest du locker, ja. Weil es alles irgendwie so, was aus dem Leben widerspiegelt, so und keine Ahnung. Ja, das ist echt so. Ich finde alleine jede Szene mit, äh, Captain Holt und Peralta richtig geil. So, jedes Gespräch mit denen ist, also alleine Holt als Charakter ist schon mega gut. Und wenn die beiden halt aufeinandertreffen, ist es jedes Mal viel zu geil. Ich finde Terry auch immer lustig, Terry mit seinem Joghurt und so und seinem Fitness. Das ist immer so geil, ey. Wer hat mein Joghurt gegessen? Ich finde, die geilste Folge ist die, wo er dieses Prinzessin-Schloss zusammenbaut und völlig ausrastet. Wieso schaffe ich das nicht? Wo macht's das Tümpchen hin? Wo macht's das Tümpchen hin? Ich hab mich kaputt gelacht. Terry Crews kann das halt aber auch richtig gut darstellen irgendwie, weißt du, der macht das richtig geil. Ja, aber generell jeder Schauspieler. Da hat so geile Gesichtsausdrücke auch drauf, so, das ist so witzig. Aber jeder Schauspieler ist eigentlich perfekt für die Rolle. Ja, das muss man auch sagen, die ist wirklich komplett perfekt gecastet und es sind halt echt nicht bekannte Schauspieler unbedingt, ne? Nö, also Terry Crews kennt man natürlich jetzt, aber den Rest... Auch Dings hier, Boyle, der hat bei Red Hot American Summer mitgespielt. Ja gut, Boyle, stimmt, das Gesicht hab ich auch auf jeden Fall schon mal gesehen, aber Peralta ist relativ unbekannt noch. Ja, genau. Und Amy und... Eigentlich auch, ne? Amy, hab ich auch noch nie gesehen. Ja, Chelsea Peretti ja auch, also hier, die Gina spielt, ähm... Ja, ja. Die ist übrigens, äh... Die ist verheiratet mit Jordan Peele, dem Regisseur von Get Out. Ach, witzig. Und von Kino Peele, äh, richtig guter Mann übrigens. Ja. Ach so, du mit deinen Trivia-Infos hier. Naja. Ja, Black Mirror, ach... Äh, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine auf jeden sollte man sich angucken. Ja, große Empfehlung. Wer es noch nicht gesehen hat, es ist... Du kannst halt auch locker so gut am Stück weggucken. Ja. Weil man kriegt halt einfach echt nicht genug. So, jede Folge endet und du willst einfach nicht aus dieser Welt raus. Du willst unbedingt die nächste... Du willst einfach die nächsten Gag mitkriegen. Ja. Ich komm seit zwei Wochen nicht zum Lesen, nur wegen Brooklyn Nine-Nine, glaub ich. Ja. Das ist echt hart. Ja, aber... Gibt schlimmer was. Ja, ist so. Dafür hat man halt Brooklyn Nine-Nine, ne? Ja, eben. Macht auf jeden Fall Bock zu gucken. Ja. Große Empfehlung. So, was hatten wir noch? Jetzt können wir eigentlich ja bei Serien bleiben erstmal. Äh, ja, wir hatten noch der Tatortreiniger. Ach ja. Tatortreiniger sowieso. Genau. Ich, äh... Wenn euch das nicht sagt, äh, guckt der Tatortreiniger. Ja, ist es bei Netflix und bei Amazon, glaub ich. Ähm, ist eine NDR-Serie. Äh, von dem Stromberg-Team. Also, Arne Feldhusen, der auch der Regisseur von Stromberg war, hat es auch... Also, ist auch bei Tatortreiniger der Regisseur komplett und, ähm, Bjarne Mädel natürlich auch am Start. Und das ist so grandios. Wer, 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 wer Bjarne Mädel jetzt nicht sagt, der ist der Erni aus Stromberg. Ja, genau. Aber in einer ganz anderen Rolle. Und ich find, der verkörpert das halt auch voll krass. Da sieht man, wie gut der als Schauspieler ist, ne? Also diesen Ernie, man nimmt ihm diese Rolle sowas von krass ab. Das ist echt heftig. Und dann kommt er als Tatortreiniger Schotti um die Ecke mit seinem Schnauzbart. Ja, das ist jemand komplett anderes. Viel zu genial, ganz ehrlich. Ja, also auch da, ich mag es halt immer, wenn Folgen so abgeschlossen sind, ja. Also da spielt ja auch immer jede Folge in einem anderen Ort und so. Und er lernt ja einfach Leute kennen. Und das ist ja im Prinzip das Kernstück der Serie, die Interaktion mit den Menschen am Tatort. Und ey, echt jede Folge ist halt so gut und teilweise auch so, also so gut geschrieben. So perfekte Dialoge. Und diese Situation teilweise, ich weiß auch in der, ich glaube das war in der fünften Staffel, wo er in einem Amt sauber machen musste. Oh, und alles gleich aussieht und niemand den Weg findet. Genau, das ist so surreal teilweise. Das ist viel zu geil gemacht so. Ja. Auch wie die alle gar nicht auf ihn reagieren so und diesen, ja, hm, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Eigentlich sollte der Kollege hier sein, aber hier ist er nicht, hm, ich gehe da mal Mittag machen. So richtige Beamte, ey. Ja, genau. Und, aber ich glaube die beste Folge ist, also finde ich zumindest, ist die mit dem Nazi, wo er da in einem Heimatverein ist. Ja, das ist auch mit Absolut in der Lieblingsfolge. Also die ist schon, ja genau. Die ist so genial. Deutschland. Ja. Deutschland. Ja. Kannst Bombe zu mir sagen. Ich habe mich weggehauen, ey. Das war, das war so gut. Das war so gut. Auch wie er den natürlich reingelegt hat und, ja, Paradebeispiel. Das ist natürlich, normalerweise sind die Folgen ja so auf, haben so eine bestimmte Thematik. Ja, genau. Also die sind aber schon auf, also halt ein gewisses Themengebiet oder, also irgendwas, was der Kernpunkt der Handlung ist, ne? Ja, genau. Also da gibt es dann auch so eine Folge mit dem Neurotiker. Neurotik, Freiheit im Alter, Religion. Genau, Neurotiker-Dasein, Psychologin und, genau, also da, da werden halt die verschiedensten Themen angesprochen und, ich weiß nicht, ich finde es halt so faszinierend, wie er die Welt sieht, weil er halt eigentlich so ein einfacher Mensch ist, ja, der eigentlich immer nur sein, weiß nicht, abends ein Bier trinken will und, äh, seine Ruhe hat so ungefähr. Ja. Wie er dann halt immer mit den Leuten umgeht und so, das ist halt richtig geil. Und wie er auf die eingeht und wie ernst er die auch nimmt, ne? Und wie er sich dann aber auch, also wie er halt nicht verschlossen vor der Welt ist, sondern jedem quasi eigentlich... Ne, wie er sich auch dann bei denen im Notfall einmischt, so, ne? Und dann sagt so, ja, hier, das finde ich aber nicht gut und auch was dazu sagt halt, naja, verkneift sich ja seine Sachen auch irgendwie nicht. Ja, genau. Dann fragt er immer nach. Genau, oder die Folge mit der Veganerin, wo er sich dann mal am Anfang drüber lustig macht und dann so, ja, ist eigentlich gar keine schlechte Idee, so. Kann ich jetzt auch mal machen. So ungefähr und dass er dann halt nicht so verschlossen ist. Ja gut, eigentlich bringt er ihr ja bei, dass es schwachsinnig ist für Ideale, die einem selber wichtig sind, jemand anderem die aufzuzwängen. Eben, aber, also er lernt ja generell immer nochmal was dazu, so in der Folge. Ja, das stimmt. Also, beziehungsweise man hat halt das Gefühl, dass man auch selber nochmal irgendwie was mitgenommen hat. Das ist echt brillant. Also, ich meine, die Folgen sind ja auch immer so... Ich bin auf jeden Fall immer auch ernsthaft mit den Themen auseinandergesetzt. Das wird irgendwie nie so richtig veralbert. Und er verkörpert oft so die allgemeine, weiß ich nicht, unqualifizierte Meinung, könnte man eigentlich mal sagen, oft über bestimmte Thematiken. Das ist aber auch oft sind das natürlich abgedrehte Thematiken, wie halt Veganismus, oder was heißt, ja gut, das ist nicht unbedingt abgedreht, aber keine Ahnung, es gibt auch nicht so viele Veganer, sind wir mal ganz ehrlich. Also, oder hier bei dem einen mit dem Schamanen zum Beispiel, ne, wo man darüber lernt und sich am Anfang erst darüber lustig macht und sich dann überlegt, ja gut, eigentlich kann ja jeder selber mit dem Tod ungehen, wie er das möchte. Ne, und vorher weiß er, dass das nicht richtig ist, was der Schamane macht, so, ne, also hat es ja keine Rechte, sich darüber irgendwie lustig zu machen halt, ne, also darum geht's ja dann. Ja, oder hier die Folge in dem Supermarkt, oder hier in dem Elektro-Mediamarkt-Abklatsch irgendwie, wo er da diesen einen Typen trifft, der für die Apokalypse vorbereitet ist. Ja, der sich im Bunker einschließt. Ja, genau, und dann gibt er ihnen dann auch irgendwie am Ende noch so ein kleines, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwas zu essen oder so, gibt er, da schaut die doch nicht so. Ja, das ist so ein Energieregel, die er sich ganz viel gekauft hat, die halt so Jahre, tausende lang halten ungefähr. Ja, genau, und da sagt dann aber Schotti auch nicht so, ja, jetzt geh mal weg damit oder so, sondern bedankt sich halt, weil er genau weiß, was, das ist halt für ihn sein Leben, so ungefähr, und er nimmt die Leute da halt immer schon ziemlich ernst, oder. Ja, er ist auch vor allem immer interessiert daran, so. Ja, ja. Auch wenn im Endeffekt halt natürlich eher nicht die Meinung von denen übernimmt oder so, ne, das ist jetzt, also er lernt was dazu, aber es ist meistens halt eher, ne gut, jetzt hab ich die Seite mal kennengelernt, ich mach mich nicht mehr drüber lustig, aber. Ja, genau. Wirklich verstehen tue ich es trotzdem nicht, ne, also. Ja. Ja. Weil es ist halt, ja, keine Ahnung, es sind ja auch immer, wie gesagt, ein bisschen, so ein bisschen, ähm, Themen abseits des allgemeinen Gesprächskonsens. Ja, das stimmt. Und ich, ja, ich finde die Serie einfach brillant. Also, es soll ja jetzt auch, glaube ich, die letzte Staffel kommen, oder die wurde gerade gedreht. Und, ähm. Schade, dass es die letzte ist, aber. Es gibt auch nicht so viele Folgen, muss man sagen. Ähm, ich glaube, pro Staffel immer so fünf bis sechs Folgen und die letzte, die sechste Staffel hatte nur drei. Ja, das war ein bisschen schade. Ja, aber ich, also alleine wie wie eine Mädel das halt immer spielt, ne, und wie das Ganze so inszeniert ist und aufgebaut ist, ist, also jede Folge ist halt echt für sich genommen schon ziemlich genial. Ja, auch brillant umgesetzt und irgendwie halt, als hätte es, als wäre da jemand, der sich auf jeden Fall mit der Thematik vernünftig auseinandergesetzt hat, ne? Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ist halt einfach so eine komplett Runde-Serie, ne? Ja, würde ich auch sagen. Also, kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn du das noch nicht geguckt hast, dann guckt es. Echt eine der besten deutschen Serien, die es eigentlich so gibt. Ja, würde ich so unterschreiben. Würde ich so unterschreiben, so. Jetzt lohnt es sich eigentlich gar nicht mehr, unbedingt noch mit Videospielen anzufangen, ne? Na, aber wir können doch zumindest über God of War reden. Ja, okay, von mir aus. Weil, also du hast God of War ja komplett durchgespielt. Ja, ich habe God of War durchgespielt schon. Genau. Vor ein paar Monaten. Ja, ich weiß, ich bin spät dran. Aber, ja, genau, ich bin quasi mittendrin gerade und ich, ich weiß nicht, ich bin gerade an so einem Punkt angelangt, wo ich die Genialität dieses Spiels eigentlich gar nicht glauben kann. Also, wenn man, wenn ich so zurückdenke, was alles passiert ist bisher und wie rund und geil dieses Spiel einfach geworden ist. Und diese, überhaupt, wie dieses ganze Spielprinzip, dass die das Gameplay und das Game Design und Level Design halt nochmal so umgeworfen haben, im Vergleich zu den anderen Teilen. Und was die dann neu gemacht haben und dass der Fokus jetzt halt mehr auf ruhige Momente ist und auf die Charaktere und nicht halt auf die Bosse. Ja. Ja. Also, ich finde das halt richtig genial so, weil so, wie es jetzt quasi läuft, also ich kann mir auch, also es soll ja auch noch mehr Teile kommen, ne? Und ich kann es mir auch richtig gut vorstellen, weil in dem Teil geht es ja nicht darum, dass er einfach die Götter abschlachten will, ein nach dem anderen, sondern er tötet quasi nur das, was sich ihn in den Weg stellt. Ja, genau, er wird ja angegriffen. Ja, genau, um halt die, also das Ziel ist ja eigentlich, dass er mit dem Sohn die Asche von seiner Mutter zerstreuen will auf dem höchsten Berg. Ja, genau. Und das ist eigentlich alles. Ja, und im Prinzip ist alles, was auf dem Weg passiert, denn dieses Spiel. Und die Endgegner halt auch, so, alles sind halt Hindernisse auf diesem Weg. Und es ist halt kein gezieltes Abschlachten von den Göttern, so, Kratos will ja eigentlich in Ruhe gelassen werden. Ja, genau, er ist kein Rachegott mehr, sondern er wird eigentlich die ganze Zeit, weil er ein Rachegott war, angegriffen. Alle sagen, jo, wir wissen, wer du bist, wir wissen, was du getan hast, so, und jetzt komm her und bieff dich mit uns, weil die halt, die Götter da halt auch alle ziemlich gewalttätig sind. Ja, genau. Und, also, wer das noch spielen will oder keine Ahnung davon hat oder keine Ahnung, also, Spoiler-Warnung, ja, weil, ja, man weiß ja nicht. So, ich will es ja auch für keinen versauen, weil dieses Spiel muss wirklich genossen werden. Ja. Er ja eigentlich ein Gott ist. So, und das hat ihn halt in Struggle gebracht, weil er da kurz davor quasi in den Spartan-Rage wollte und dann halt in Ohnmacht gefallen ist. Ja, genau, weil er nicht wusste, dass das geht überhaupt. Ja, genau, weil er es einfach nicht verstanden hat. So, und nach dieser Szene gehen die halt einfach wieder ganz normal runter und Kratos will das Schiff wieder auf den Fluss setzen und erzählt Atreos dabei so, Junge, ich muss dir was sagen, äh, ich bin eigentlich ein Gott. So, und dann gibt's halt nur ein kurzes Gespräch und, ey, wie gut das einfach inszeniert ist. Und so sind halt alle wichtigen Momente. Und ich, ich weiß nicht, aber dabei halt immer noch so eine gewisse Epik zu bewahren, also. Ja, richtig krass. Also, dieses Ruhige und gleichzeitig irgendwie dieses mit der Natur und diesem ganzen Einklang dieses Spiels einfach irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Gemälde, was sich die ganze Zeit voll fortführt. So, das ist richtig krass. Die Szene, wo man die Weltenschlange das erste Mal sieht, boah, also nicht nur das, das war schon übertrieben krass, sondern dann in der einen Szene, wo der Kopf mit dir anfängt zu sprechen. Ui. Ja, das ist das Ding, was da so ganz komisch redet, Jo, das ist richtig krank. Boah, ey, mega gut inszeniert oder die, ähm, als du den Meißel holen musstest, um, also da bin ich jetzt gerade, ne, und, äh, das, der steckte ja in den Kopf von dem einen Riesen. Ach jo, stimmt. So, und du kommst da einfach an und da liegt halt ein Riechse, also die Leiche eines Riesen, so. Ja. Und das ist, ey, wie krass das gemacht ist. So, du hast halt da so ein heftiges Gefühl von Größe und bist halt so beeindruckt von den Bildern. Ey, wahnsinnig gut. Die Grafik ist natürlich völlig übertrieben, ne, es ist, es glänzt alles, es sieht alles aus, als wäre es wirklich aus einem Gemälde, aber wirklich aus einem sehr realistischen, so. Also, ja, wirklich, so, selbst die, die Barthaare des Riesen, der da schon seit, was weiß ich, wie vielen Jahrhunderten liegt, die wehen noch im Wind. Ja. Ja, so, so eine Details ist, ey, unglaublich, wirklich. Ja, die Detailverlebtheit ist echt sehr stark bei God of War, das ist echt schon krass. Wenn wir mal zum Gameplay kommen, so ähnlicher technisch, fand ich das Spiel halt auch richtig gut inszeniert, weil früher, die ersten God of War waren ja alles eher so weite Kamera-Hack-and-Slay-Spiele, so, ne, das ist eine große Kamera, viele Gegner in einem Bereich. Genau. Und jetzt ist es ja eher so, ich will nicht Dark Souls sagen, weil ich finde, das ist immer, sitzt ein falsches Signal, aber, ne, es ist halt. Also, die Kamera ist halt wirklich richtig nah an Kratos dran, die ganze Zeit. Genau. Also, eher Eins-gegen-Eins-Kämpfe, also, wenn du mit Gruppen zu tun hast, du konzentrierst dich auf einen, prügelst den Tod und dann prügelst du den nächsten Tod. Also, es ist nicht wie in God of War 3, wo du halt wirklich teilweise Armeen von Hunderten von Ads irgendwie mal eben so in zwei Minuten mit deinen ganzen Moves weggeschnetzelt hast, so, das geht da nicht. Ne, genau. Und ich finde, also, diese ganzen Kleinigkeiten, wie, dass du halt immer mehr Kombinationen und so, äh, dir kaufen kannst, ja, also der Skilltree. Mhm. Ähm, mit den Waffen. Und wie das das Ganze dann immer so nach und nach erweitert und, also, und du brauchst das ja auch, ja, also diese Sachen, die du dir da kaufst, die bringen halt auch wirklich was im Verlauf des Spiels und, äh, machen halt die Kämpfe wesentlich einfacher, ja. Ich finde die Lernkurve auch sehr gut, das ist halt nicht, äh, das, also bei vielen Spielen ist das so, du kriegst dann so ein Tutorial und dann wirst du irgendwie, irgendwie reingeworfen und dann ist die Lernkurve extrem steil, weil du halt wirklich auf einmal alles lernen musst, so. Ja, genau. Und du theoretisch alles skillen kannst und bei God of War wird da immer drauf geachtet, dass das erst durch die Story kommt, das heißt, du spielst das. Und, also, es sind auch mehr Story-Missionen als Nebenmissionen, das so ja sowieso schon mal für ein Open-World-Spiel eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Ja, also. Und jede Story-Mission, also auch jede Nebenmission hat so ihre Berechtigung, selbst wenn das nur so Sammeldinger sind. Ja, das stimmt. Und ich mag das Level-Design richtig gerne, weil es ist ja jetzt nicht in dem Sinne eine Open-World, also du hast halt schon ein offeneres Gebiet, gerade in dem See der Neuen, den du ja quasi komplett erkunden kannst, aber so während du eine Story-Mission machst oder so, du hast halt einfach immer nur so Pfade links und rechts oder halt auch kleinere Rätsel, aber die bringen halt immer was. Ja, also, du kannst, wenn du irgendwie einmal kurz irgendwo anders lang gehst, dann findest du da hundertprozentig eine Truhe oder irgendwie Geld, was dich auch wiederum nochmal weiterbringt. Und, ähm. Du findest immer irgendwas. Ja, genau. Und das ist einfach so gut für den Spieler, weil einfach alles nützlich ist in diesem Spiel, was du findest. Ja, macht auch Spaß. Also, ich meine, es gibt sogar so ein Endgame-Gebiet und so, also, die haben sich wirklich echt Mühe gegeben, da ihre, boah, ich glaube, also 15 Stunden, wenn man die Nebenmissionen halbwegs, alle macht, sitzt man da auf jeden Fall dran. Ja, definitiv. Das find ich jetzt echt schon nicht schlecht. Ja. Und da hat man halt, dieses Spiel ist halt einfach überepisch, ne, also die Kamerafahrten und dieses, wie das Gameplay mit dem, mit, mit den Cutscenes, auch nur in Anführungsstrichen Cutscenes, übereinstimmt, ist so unglaublich krass. Man wird oft wirklich, die prügeln sich und du fliegst auf eine offene Fläche, er steht auf und dein Hat taucht auf einmal auf. Das heißt, du wirst wirklich, aus der Cutscene, es gibt keinen Schnitt, kein gar nichts, so, die Cutscene sozusagen hört auf, dein Hat taucht wieder auf und du musst auf einmal direkt wieder weiter mit dem Kämpfen. Ja, genau. In deiner echten Manier, so. Es ist halt einfach richtig krass, wie konsequent die sich diesen ganzen System unterworfen haben und halt auch Kratos als Charakter quasi, weil, also echt, wie die das durchziehen, ne. Es gibt halt keinen einzigen Schnitt, die Kamera ist die ganze Zeit bei Kratos. Es gibt auch fast keine Ladezeiten, also wenn, später, glaube ich, gibt's Schnellreisesystem, aber so prinzipiell gibt es keine Ladezeiten dazwischen. Das heißt, du machst das Spiel an, es gibt einmal eine Ladezeit natürlich, wenn du reinkommst, aber dann war's das. Und das fand ich bei Uncharted 4 halt schon krass, weil das ja auch keine Ladezeiten zwischen den Leveln hat. Ja, stimmt, die machen das durch die Cutscenes. Genau, und bei God of War ist das einfach nochmal Next Level, was die einfach an Inszenierungen da raushauen. Und ich find's selbst, sowas wie Atreos, ja, wo ich am Anfang dachte, ja, okay, er kann nicht während des Kampfes mal ab und zu vier drücken und er schießt die Gegner halt ab und ja. Ja, der ist richtig hilfreich. Ja, genau. So, ey, wenn der komplett aufgelevelt ist, wie krass der jetzt mittlerweile ist. Dann schriert er die ein und so ein Scheiß, dann brauchst du nur noch einen Schlag, um die zu töten oder der macht halt wirklich richtig Damage, so, also. Du drückst die ganze Zeit seine Schusstaste, weil die Pfeile sich dann halt immer schneller nachfüllen und, ähm, ja, wie die einfach, äh, fallen wie die fliegen, ne? Ja. Also, er wird halt echt richtig stark und, ähm. Ist richtig hilfreich auch, so zwischendurch. Ja, genau. Und das ist halt auch ein schöner Spiegel für den Verlauf des Spiels, weil, ähm, Atreos ja auch immer weiter wächst quasi mit seinen Aufgaben. Was ich bei Atreos auch krass fand war zum Beispiel, dass im Gegensatz zu Elisabeth aus Bioshock, wo du dich gerne mal umdrehst und auf einmal steht sie so hinter dir. Wo sie erst noch da hinten gestanden hat gerade, äh, siehst du keine, also, der Charakter ist dauerhaft präsent. Du siehst ihn die ganze Zeit und er bewegt sich, also, der wird nicht irgendwie geteleportet oder so. Also, zumindest nicht sichtbar. Ja. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass er wirklich als eigenständiger Charakter agiert und auch wirklich ganz normal wie ein richtiger NPC sozusagen hinter dir herläuft und seine eigenen Entscheidungen trifft. Genau. Und, ähm, zum Beispiel das Angelevel musstest du ja machen ohne Atreos, weil er da ja krank war. Ja, stimmt. Und man ein Herz braucht. Und ich muss auch sagen, das war echt ziemlich schwierig ohne den. Ja, da hat man das echt gemerkt auf einmal, ne, dass der fehlt. Und man hat dauernd die Schusstaste gedrückt und es ging nicht. Und dann, ach ja, stimmt, er ist nicht da. Und der hilft einem ja so ab und zu auch, also, wenn man dann irgendwie angegriffen wird und manchmal kommt, geht er dazwischen oder schießt dann halt den Gegner an, sodass er dich dann nicht mehr angreift. Ja, oder geht halt auch in den Nahkampf oder so. Ja, genau, oder geht in den Nahkampf, also, der macht auf jeden Fall Schaden auch und greift auch teilweise stärkere Gegner an und hält die zurück, dass sie dich nicht angreifen, dass du dich um andere kümmern kannst oder, es gibt auch, glaube ich, dass du Kontermoves, glaube ich, ne, wo er dann die irgendwie festhält. Und dann kannst du kommen und die irgendwie schlagen, also direkt irgendwie mit so einem Move töten. Ja, genau. Was echt, also ich habe halt niemals erwartet, dass dieses Spiel so krass wird. Alleine, dass es dann auch noch so eine Metroid-Elemente reinbringt, dass du halt bestimmte Sachen erst im späteren Verlauf des Spiels öffnen kannst oder so. Ja, also, dass du halt die Chaos-Kring brauchst, um diese Ranken da wegzumachen. Oder dieses rote Zeug da wegzumachen. Genau. Und den Meißel um diese... Oder die Blitzpfeile oder dann die blauen Zeugpfeile. Und genau, also diese klassischen Metroid-Elemente, wie die da halt eingearbeitet sind, hätte ich nicht gedacht. Also, und das ist halt schon... Aber durch das ganze Spiel sich zieht, ja. Also, du hast wirklich am Anfang Gebiete, wo du erst quasi hin kannst, wenn du alles, alle diese Sachen hast, mit denen du Türen öffnen kannst. Und alles ist halt auch nochmal in der Story wichtig quasi. Und ich hätte übrigens auch nicht gedacht, dass... Also, man findet die Chaos-Kring auch ein richtig geiler Moment. Voll. Wie Kratos einfach nach Hause geht und die letzten lappigen Leute da abschlachtet und dann halt... Du siehst, dass sie dieses zerstörte Haus und wo sich Atreos da versteckt hat und er holt da die Chaos-Kling raus und Athene kommt dann nochmal. Ey, und das ist... Wie dieser Fokus auf diese ruhigen Momente liegt, hätte ich niemals gedacht. Krass. Und was Kratos für ein guter Charakter ist. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Chaos-Klingen in der Perspektive, wie das Spiel jetzt ist, so gut funktionieren. Weil davor war es ja quasi einfach nur eine Massenschlacht mit denen. Ja, genau. Und jetzt sind sie halt gezielt eher so zwar auch immer noch auf Gegnergruppen ausgelegt, aber du kannst diese eher so... Wenn du einen größeren Gegner hast, dann würdest du zurück zur Axt wechseln normalerweise. Aber die funktionieren halt auch echt... Außerdem wird das später wichtig, weil die verschiedene Elemente besitzen. Das heißt, wenn die halt dann rot leuchten, dann kannst du die besser mit den Chaos-Klingen irgendwie besiegen. Und wenn die blau leuchten, dann musst du die mit der Axt besiegen. Also das ist cool gemacht, dass man dann zwischendurch immer mal wieder gezwungen wird, auch beides irgendwie zu benutzen. Dass du dich nicht zu sehr auf eine Sache fokussierst. Ja, überhaupt an welcher Stelle im Spiel die Chaos-Klingen halt kommen. Weil ich spiele das ja mit einem Kumpel durch. Und da waren wir gerade halt an der Stelle, wo wir schon so ungefähr alles aufgelabelt haben, was relevant war. Also halt alles für die Axt und alles im Nahkampf und so. Ja. Und du denkst, ja, okay. Aber das Spiel ist jetzt ja eindeutig noch nicht zu Ende. Und dann kommen einfach die Chaos-Klingen und haben nochmal einen eigenen Skill-Tree. Ja, genau. Und dann bist du, ah, okay, hier geht das Ding. Und später kriegst du ja noch was. Und dann checkt man auch, wo die ganzen Punkte noch hin sollen. Ja, ist halt richtig genial gemacht. Ich finde das auch storytechnisch halt gut gesetzt, weil sie halt, wie du es vorhin schon gesagt hast, eher so einen Open-Schlauch haben. Ja. Weil du halt durch die meisten Story-Missionen, sobald du einen bestimmten Punkt überschreitest, überschreitest halt einfach in einem Gebiet bist, wo du normalerweise eigentlich nicht im Open-World reinkommen würdest. Da kannst du zwar normalerweise reinfahren auch, aber es ist kein Gebiet, wo du im Open-World so hinreisen würdest, weil da einfach kein Marker ist und kein gar nichts. Und das ist halt gut gemacht, finde ich, dass sie das dann so abgespalten haben. Und ich mag dann das auch lieber, wenn es dann ein bisschen schlauchiger ist, als mir dann dauernd so tausend verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten zu geben, mit denen ich dann im Endeffekt gar nichts anfangen kann. Ja, genau. Also ich mag das eher, dass das Spiel so gespielt wird, wie es halt auch designt ist halt. Es wirkt halt wirklich komplett natürlich, ne? Ja, genau. Das finde ich halt zum Beispiel bei Deus Ex immer so bescheuert, weil die dann immer sagen, yo, das Spiel kannst du auch als ganz normaler Shooter-Dingens spielen. Aber ganz ehrlich, versuch mal, das als Shooter-Dingens zu spielen. Du stirbst, wirklich, du stirbst. Ich hab's versucht. Das geht nicht. Ja, und du kriegst ja auch weniger Erfahrungspunkte und sowas. Ja, genau. Das ist totaler Bullshit halt. Das macht einfach keinen Spaß dann auch mehr. Also das ist, und bei God of War ist es genau das Gegenteil halt. Die Entwickler zwingen dich eigentlich fast dauernd dazu, das Spiel so zu spielen, wie sie das wollen. Und du machst das gerne. Weil es halt sich auch so anfühlt, als sollte es so gespielt werden. Ja, genau. Wie natürlich das halt eingebaut ist, dass Atreos ja meistens vorläuft in die Richtung, in der die Mission weitergeht. Und du kannst halt einfach, also du hast auch von dir aus denn das Bedürfnis, jetzt zu gucken, was da mal links oder rechts ist. Und du findest da dann meistens halt eine Truhe oder halt ein Rätsel, was denn zu einer Truhe führt. Und gehst dann halt einfach wieder weiter den normalen Weg. So, und da gibt's halt keine großen Abschweife oder, also das ist halt alles sehr in sich selbst gehalten. Und ich mag das unglaublich gerne. Ja, ja. Ja, ich mag die Gespräche auch, die zwischendurch immer mal wieder geführt werden, während man einfach so rumläuft. Also das ist ja, du läufst halt auch oft einfach durch leere Gebiete, wo halt gar nichts ist. Oder die Gegner halt erst irgendwie, weiß ich nicht, zwei, dreihundert Meter weiterkommen. Und dann reden die halt alle miteinander. Und dann sind das teilweise echt so lustige Gesprächsabklatsche. Und es wird jedes Mal wirklich sehr passend irgendwie halbwegs noch beendet. Also wenn dann Gegner kommen oder auf dem Boot zum Beispiel erzählt dir, da kommt immer mal wieder eine Geschichte. Und du legst dann an, dann kommt wirklich noch so ein, ja, wir erzählen die Geschichte das nächste Mal weiter, weißt du. Oder ich erzähle dir die Geschichte das nächste Mal weiter. Und das fand ich irgendwie gut gemacht, weißt du, das ist so. Und dann setzt du dich nächstes Mal ins Boot. Und der setzt den halt da wieder an, wo er aufgehört hat. Ja, genau. Das ist so ein geiles Feature. Ja. Und jedes Mal wird darauf reagiert. Also es wird sehr, sehr viel darauf reagiert, was man selber als Spieler so macht. Der sagt auch teilweise, wenn du Dinge tust oder du trödelst zu viel oder so, dann ist er genervt. Oder sagt dann so, wollen wir nicht mal weitergehen oder der weist dich, glaube ich, auch ab und zu mal auf Sachen hin, ne? Ja, genau. Sagt dir nicht ab und zu auch, hast du das schon mal gesehen oder hast du das schon mal geguckt oder so? Da ist doch was oder keine Ahnung was, ne? Ja, man geht halt immer noch irgendwelche sarkastischen Kommentare ab. Und das macht halt so ein, weiß ich nicht, du fühlst dich nicht so alleine, weiß ich nicht, weißt du, was ich meine? Das ist so, im Gegensatz zu den früheren Kratos-Spielen, wo du halt immer so, weiß ich nicht, als einsamer Kratos eigentlich da rumgerannt bist und alles niedergemetzelt hast, was dir so in den Weg gekommen ist. Ja. Ist das irgendwie eine ganz nette Abwechslung gewesen, vor allen Dingen so für den Charakter vielleicht auch, ne? Also, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Auch die Szenen mit den Zwergen finde ich auch richtig gut mit den beiden Brüdern. Ja. Die sind einfach. Die passen auch richtig gut in die Welt. Ja. Also, ich finde, das ist alles. Ich finde ja, der Übergang von der griechischen in die nordische Mythologie ist auch sehr gut gelungen. Ja, fand ich auch. Ja. Aber jetzt haben wir uns ja auch genug, glaube ich, über... Ja, stimmt. Oder wolltest du noch was sagen? Ich will dich nicht unterbrechen. Nee, ist okay. Ist ein brillantes Spiel. Ich kann es kaum erwarten, das durchzuspielen und zu wissen, wie alles endet. Ja, ich könnte es auch nur wie wirklich jedem empfehlen. Also, God of War ist wirklich, ich glaube, das kann man schon mal sagen, ungefähr eins der besten Spiele, die dieses oder letztes Jahr beziehungsweise rausgekommen sind, ne? Ja, definitiv. Dieses Jahr. Auch überhaupt für die Konsolengeneration eigentlich insgesamt. Ja. Zum Abschluss können wir ja dann eigentlich noch mal kurz über Red Dead Redemption reden. Stimmt, denn so eine Zeitpunktaufnahme wurde gerade der erste Gameplay-Trader released. Und holy moly, das sieht ganz schön heftig aus. Sieht das gut aus. Ja, also, was du da scheinbar alles machen kannst, was das für Auswirkungen hat und wie das ganze Spiel designt ist, das, äh, also, bei jedem wäre ich skeptisch, aber ich glaube, bei Rockstar, ähm, denen traue ich das auf jeden Fall zu, dass die das so hinkriegen, wie die das angekündigt haben. Vor allem der Singleplayer, so, ne? Ja. Bei Multiplayer wäre ich immer vorsichtig, aber den Singleplayer schaffen sie auf jeden Fall vernünftig hinzukriegen, glaube ich. Und das ist halt, vor allem, wer Red Dead Redemption 1 gespielt hat, der wird, weiß ich nicht, der wird wissen ungefähr, was er jetzt, was er jetzt zu erwarten hat, so, ne? So dieses, es sollte Red Dead Redemption 1 mal 5 sein eigentlich, so, ne? So krassere Sachen, mehr Möglichkeiten. Genau. Das war ja bei Red Dead Redemption 1 so ein bisschen langweilig eigentlich, dass man kaum was machen konnte in der Open World. Mhm. Außer halt mal so eine Schatzkarte suchen oder mal so eine Nebmission, ne? Aber das ist halt, alles beschränkt sich ja meistens auf kurze Gebiete oder kurze Ausflüge oder so, also, gut, man konnte auch noch Pferde zählen und so, ich, ne? Also, ich will nicht sagen, dass man kein Content hatte, aber ich wünsche mir für den neuen Teil auf jeden Fall mehr Content, um mit der Welt noch interagieren zu können und einfach mal so Sachen zu machen halt. Es sah auch so aus, als wenn das alles, äh, nochmal krasser werden würde. Also, echt, ich wüsste nicht, was dem noch im Wege steht. Also, ich finde das cool, dass man jetzt wieder auf der bösen Seite steht, weil Red Dead Redemption 1 war mir halt ein bisschen zu viel, ja, ich bin der Held und komm mal eben vorbei und mach das alles für euch. Gut, oft hat sich herausgestellt, man hat böse Sachen getan, aber ... Ja, ich mochte, ähm, den Protagonisten schon richtig gerne und fand den auch sehr interessant. Ja, ich auch, also klar. Mir war die Mission halt nur teilweise klar, also, ihm war das ja auch zuwider, er sagt das ja selber dann oft, aber du warst ja immer auf der Seite der Guten eigentlich, so in Anführungsstrichen. Ja. Du hast nie einen Zug überfallen, glaube ich, oder so, oder hat man das mal? Nein, er hat ja schon seine irgendwie Bandenvergangenheit und macht das doch alles nur, damit die Polizei ihn da in Ruhe lässt. Ja, genau. Und jetzt ist man ja in der Gang und muss da halt so verteidigen und muss halt, ne, Gangster-Shit machen. Genau, Leute überfallen und was weiß ich. Ja, genau, wieder die lustigen Sachen. Ja, ich bin echt gespannt, wie das alles funktioniert, ne. Ja, ich hoffe mal, dass wieder so abgedrehte Charaktere, also so ein bisschen abgehört, so wie der Seth aus dem ersten Teil. Ja, genau. Leichengräber zum Beispiel, oder, ach, auch dieser, dieser, wie hieß er denn, der Potion-Verkäufer, der immer die Leute verarscht hat. Oh ja, stimmt, mit dem man da dieses, ja, mit dem man da die Show da abziehen musste. Das ist super lustig, halt auch, überhaupt, die Mission ist halt insgesamt geil gemacht, weil du dann halt, ne, du musst ja dann so kleine Minispiele machen, so ein bisschen, und dann immer zeigen, dass du der krasseste bist und so. Die Leute so zu ihm erzeugen, genau. Das ist schon witzig gemacht. Ja, oder in Mexiko, ähm, mit diesen Revolutionären und so, das war. Ja, oder das Ende, wo man mit allen dann das vorüberfällt und mit dieser Minigun da reinfährt und alles so niedermäht und dann erstmal alle umbringt und so, das war halt schon geil. Ja. Vor allem war Red Dead Redemption 1 cool, weil es halt nicht da geendet hat, wo man meinen müsste, wo es endet. Mhm, das stimmt. War ja so, in Anführungsstrichen, das große Finale und dann, ne, warst du ja wie auf deiner Farm und musstest Kühe kaufen und Getreide und deine Kühe irgendwie durch die Gegend herden und so. Und dann kam ja nochmal irgend so ein krasser Scheiß. Ja, genau. Aber das war halt, das fand ich halt cool. Und ich bin echt mal gespannt, so. Mhm. Obwohl man auch sagen muss, dass es berechtigte Kontroverse zu Red Dead Redemption gibt, ne? Mhm, was meinst du? Zumindest zu der Special Edition und dem ganzen DLC-Politik-Geschichte, die da Rockstar so von Zaun ballert. Weil halt angekündigt wurde, dass in der Special Edition für Banden Missionen und bestimmte Story-Sachen und also bestimmte Missionen und so ganze Nebenstränge und so und Bandenverstecke anscheinend und also zu viele Sachen, als dass man sagen könnte, das ist noch Special-Editions-würdig, sondern halt wirklich schon aus dem Spiel gerippt, damit man es extra verkaufen kann. Ja, ich finde diese, das ist sowieso richtig fragwürdig. Also überhaupt DLC-Politik, wie, also dass du quasi schon ein Spiel planst mit einem DLC im Kopf, ist schon scheiße, finde ich. Weil das, also dann kannst du das auch einfach direkt mit dem Spiel einbauen. Und das Vorbestellern quasi nur zu geben und allen anderen das vorzuenthalten, was ja ein wichtiger Teil des Spiels zu sein scheint, ist richtig scheiße. Das ist frech. Ja. Also DLCs, wenn sie okay gemacht sind, weil ich meine GTA 4 DLCs, wenn man sich daran erinnert, Ballad of Gay Tony und The Lost and Damned, die haben das ja noch richtig, das waren ja noch richtige DLCs, die haben doch, also die haben durchaus ihre Existenzberechtigung. Genau. Oder hier das Living on Nightmare-Ding von Resident Evil. Ja, genau. Das war ja alles, das waren ja richtige DLCs, also. Ja, ich sage ja nicht, dass die DLCs prinzipiell schlecht sind, nur alleine, dass du halt schon ein Spiel kaufen kannst und also mit der Vorbestellung quasi schon ein Season Pass kaufst. Ja, das finde ich auch echt hart. Also, dass man schon vorher weiß, dass wirklich so kompletter Content anscheinend irgendwie rausgeballert wurde. Ja, genau. Und dass das schon so weit im Vorhinein geplant ist. Und das muss doch auch scheiße für den Entwickler sein, wenn du genau weißt, dass nur ein geringster Teil, Prozentsatz der Leute, die das Spiel kauft, auch diese Mission spielen werden. Ja, genau das halt ist doch auch bescheuert, ne? Und selbst wenn es jetzt die langweiligste Mission ist oder was auch immer, dann hast du halt 70 Euro für eine öde Mission ausgegeben, würde ich mich genauso aufregen. Ja, genau. Man wird ja quasi der hundertprozentigen Erfahrung dieses Spiels verraubt. Ja. Ich finde Special Editions sowieso meistens bekloppt, weil das oft wirklich einfach hier nur digitale Sachen sind. Bei Special Editions, da kriegst du vielleicht eine dickere Box, aber im Endeffekt kriegst du ja gar nichts dazu. Ja. Also ich meine digital, aber ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich, für drei Waffenskins echt 30 Euro ausgeben, dann muss man schon echt leicht eine andere Tüte haben. Ja. Ja. Sorry. Also es ist nicht so, dass ich nicht auch Special Editions schon gekauft hätte, aber oft sind dann Sachen halt dabei, irgendwie, wenigstens irgendwelche Karten oder eine Figur. Ja, oder ein Artbook oder was weiß ich. Ja, genau. Oder irgendwas halt. Irgendwas, was mir Mehrwert gibt als, ich hab drei mehr, drei Waffen mehr, die meistens sowieso entweder nur für die ersten fünf Level geeignet sind oder irgendwo mittendrin. Das heißt, du kannst sie am Anfang gar nicht benutzen. Also. Ja, genau. Gibt ja diese Special Waffen halt immer, ne? Also diese Vorbesteller super Anfangswaffen, dann hast du in den ersten fünf Leveln halt voll die krasse Waffe und findest danach keine vernünftige mehr, weil deine natürlich völlig überpowert wurde. Und ich weiß nicht, also sowas, also in Borderlands gibt's das. Da ist mir das halt stark aufgefallen, dass du am Anfang eine sehr, sehr starke Waffe bekommst, wenn du das DLC oder so ein Special Ding gekauft hast. Und dann bist du aber Level 7 geworden und was weiß ich nicht und deine Waffe wurde halt schlechter und schlechter, aber du brauchst erst ab Level 9 eigentlich eine neue, weil alle bis dahin eigentlich scheiße waren. So, also sowas ist halt scheiße. Das ist ein Game Breaker. Nichts anderes. Ja. Ja. Und Game Breaker sind scheiße oder Sachen halt, die wirklich rausgerippt wurden, wo man halt einfach sieht, dass die rausgeschnitten wurden, nur um sie dann hinterher nochmal als Einzelding verkaufen zu können. Mhm. Und das sieht man halt, find ich, bei Destiny extrem stark. Ja. Weil die wirklich echt Sachen immer noch aus Teil 1 da wieder reinbringen und die Leute feiern das auch noch und sagen, ja geil, da ist der Raketenwerfer von da wieder da, ja super. Wirklich, so, wir nehmen auch noch Sachen aus dem ersten Teil und machen nicht mal was Neues, so. Ja. Ich spiele das halt momentan, ich bin so ein bisschen angefressen, deswegen, ja, diese DLC-Politik vor allen Dingen von Bungie und bestimmten anderen Leuten, EA zum Beispiel oder so, die ist echt für den Arsch. Und ich, ganz ehrlich, ich würde es boykottieren. Wenn das Spiel nicht gut ist, dann würde ich es boykottieren, so, also, mein gut, man weiß es natürlich vorher nicht, aber, also EA werde ich sowieso ja ab jetzt boykottieren, weil die letzten Spiele, die die rausgebracht haben, waren letzter Scheiß. Ja, ist so. Und ich glaube auch nicht, dass sich das mit Battlefield 5 ändern wird. Ja, glaube ich auch. Um ganz ehrlich zu sein. Oder mit dem nächsten Need for Speed oder mit dem nächsten Scheiß. Ich glaube, also EA ist ganz ehrlich für mich tot, so, die machen nichts mehr Gutes. Ja. Oder jemand muss mich davon überzeugen, dass das anders ist, aber. Ja, oder die müssen halt mal Skate 4 machen. Was, 4? Skate 4. Ja, nee. Also, ich hätte mich auf Battlefront 1 gefreundet, das habe ich mir damals gekauft und das, das hatte, nach zwei Monaten keine Spieler mehr. Völlig unbalancierten Scheiß. Genau. Dann kam Battlefront 2, das war ja größter Rotz. Das hatte auch nach zwei Monaten keine Spieler mehr. Das ist, wozu? Ja, oder selbst, was die EA sonst so macht. Ich meine, die haben halt die Videospielrechte von Star Wars. Ja, das ist der einzige Publisher, der Star Wars Spiele machen darf. Und sie machen nichts. Sie machen nur Scheiße. Ja, Battlefront halt, ne? Toll, wow. Ja, genau. Die haben Battlefront 1 und 2 gemacht. Und... Reskin von Battlefield, ey, wirklich. Ja, echt. Und... Aber schließen... Schließen dann halt Visceral Games, ja, die Entwickler von Dead Space, die halt diese Star Wars 1313 machen sollten. Halt ein Singleplayer-Spiel. Und wundern sich... Das wäre geil geworden. Ja, genau. So wundern sich, dass keiner halt Battlefront kauft. Ja, weil alle keinen Bock haben auf diesen Scheiß. Ja, ich meine, gib den Leuten doch einfach ein gutes Singleplayer-Star Wars. Das ist jetzt nicht so schwer. Das gab es schon vorher. Ich meine, ob er auch Battlefield spielen will, der spielt halt Battlefield so. Und ob du jetzt Battlefield spielst mit Lasern und ohne Munition, die sich dann aufladen müssen, oder halt mit Waffen, die du nachladen musst, ist dann eigentlich gameplaytechnisch auch scheißegal. Ja, eben. Und, ähm, keine Ahnung, warum man bei Star Wars denn keinen Singleplayer raushaut. Vor allem, dass die halt immer sich, oder dass die Leute einen halt immer sagen wollen, ähm, dass Singleplayer ja tot ist. Schon halt fast nicht, wie viele Jahre. Vor zwei hatten Singleplayer. Ja, aber so generell Singleplayer-Spiele. Ach so. So im Allgemeinen. Und dann siehst du halt God of War. Das ist irgendwie das erfolgreichste Spiel, was Sony rausgebracht hat. Und was ist passiert? Also, es sollte doch schon seit Jahren tot sein. Und es kommen immer wieder gute Singleplayer-Spiele raus. Und warum nicht von Star Wars? Es ist so viel Potenzial. Ich glaube, das ist halt auch echt so von Leuten gemacht, die halt unbedingt auf diese riesen Hypetrains aufsteigen wollen. Ja, auf jeden Fall. Und, keine Ahnung, klar ist das kein PUBG oder nicht das nächste Fortnite oder so, aber sowas sind ganz ehrlich Glücksgriffe. Die haben diese Firmen vielleicht ein- oder zweimal im Leben und dann war's das. Ganz ehrlich, diese PUBG-Firma, die wird vielleicht noch drei Jahre aktiv sein. Und wenn die nicht ganz schnell irgendwann was anderes finden, dann war's das mit denen auch, sag ich dir, dann werden die auch irgendwann Konkurs anmelden müssen, weil nicht mehr genug Spieler sich das Spiel kaufen. Zumal die halt auch echt scheiße faul sind mit Updates und so. Ja, genau. Wenn du Fortnite dagegen anguckst, ist halt alles viel besser geregelt. Alleine, dass es halt schon kostenlos ist. Das wird ja auch von Epic Games gemacht, das ist ja auch ein Triple-A-Launcher sozusagen. Also, die haben ja Kohle auf jeden Fall. Ich mein, guck dir doch mal an, was die alles losgetreten haben, dass jetzt jeder irgendwie ein Battle-Royale-Spiel rausbringt. Ja, das find ich auch echt peinlich, also, dass jetzt alles Battle-Royale-Modus hat. Hier, das neue Call of Duty hat ja keinen Singleplayer, dafür aber Battle-Royale-Modus. So, wow. Das ist so die dümmste Idee, die man machen kann, so weißt du. Das Einzige, wieso ich Call of Duty noch spielen würde, wäre, um mir die witzige vier Stunden Action-Geballer-Singleplayer-Kampagne einmal reinzuziehen und das war's. Und selbst das geht dir eigentlich nicht mehr, super. Das hast du halt Zombie-Modus, das ist auch das Einzige, was wirklich Spaß macht. Aber das war's. Und das ist halt scheiße, wenn 80% keinen Spaß macht. Ja, ist so. Ja, ist einfach blöd. Ach ja, ich freu mich auf Cyberpunk. Das ist für gut. Ja, Cyberpunk. Ja, Cyberpunk wird toll. Das Einzige, was die Spiele in den Spielen halten kann. Wir sehen aber so viel zu Red Dead Redemption 2. Der Trailer kam jetzt halt, wie gesagt, gerade raus und wir sind auf jeden Fall gehypt. Vielleicht schaffen wir es ja im Oktober irgendwie nochmal Nachtgeflüster zu machen, wenn das Spiel rausgekommen ist. Ja, stimmt. Und wir alle, wenn wir ein bisschen gespielt haben, dann können wir vielleicht ja mal was dazu sagen. Ja. Genau. Und das war's dann eigentlich auch schon mit unserer Thematik. Wir haben ja jetzt auch schon eine Stunde geredet und wollen das diesmal nicht so überstapazieren. Ja, genau. Ich glaube, die Länge ist ganz gut. Würde ich auch sagen. Ja. Deswegen verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tim, anmerkende Worte. Ähm. Ja. Spielt Call of War. Ja, okay. Und guckt der Tatortreiniger. Ja, das finde ich sind gute abschließende Worte. Ja. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche. Nein, gar nicht. Ach, ich laber scheiße. Ähm. In zwei Wochen wahrscheinlich wieder. Genau, genau. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil, ja. Ja, egal. So. Dann macht's gut, Freunde. Und, ja. Lest was Gutes. Und in diesem Fall zockt und guckt was Gutes. Macht überhaupt gute Sachen mal in eurem Leben. Genau. Und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. 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 like & cheersi.